Dann gleich auf... Okay. Er ist über mir. Jetzt kommt er. Habt ihr es gesehen, wie schnell er ist? Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Salp Psycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasphophobia. Und heute befinden wir uns im Albtraum-Modus in Edgefield Street House. Und ich glaube, heute oder gestern, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wurde auf dem offiziellen DC von Phasphophobia ein neues Bild geleakt, und zwar von einem neuen Geist, der kommen soll. Finde ich interessant. Und in den Schwächen steht irgendwas mit Orbs. Das finde ich interessant, was sie sich dabei ausgedacht haben. Leider ist das meiste noch gecovert, sprich zensiert. Bin ich mal gespannt. Also es erwarten noch vieles. Einmal das mit dem Pentagramm-Tollkommen, dass man so ein Pentagramm austreiben kann. Dann Voodoo-Puppe wurde geteasert. Und dann die Musikbox und jetzt eben auch der Geist. Bin ich ganz interessant, aber jetzt jagen wir erstmal Joseph Robinson. Wir müssen Zeugen Salz, müssen den Bereich reichern. Ladies and gentlemen, wer noch nicht auf Twitch vorbeigeschaut hat, jeden Tag Livestream 18 Uhr oder zumindest Sonntag bis Freitag, äh, bis Donnerstag auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da können wir zusammen auf Geisterjagd gehen. Ihr könnt, ich lief euch das Gameplay, ihr könnt raten, was für ein Geist es ist. Ganz interessant. Und ihr findet natürlich auch noch den Link zum Discord in der Beschreibung. Daher werdet ihr dann benachrichtigt, wenn ich online gehe. Aber jetzt starten wir erstmal. Breaker ist irgendwo im Häuschen. So schlau sind wir schon mal. Ich gehe jetzt mal nicht direkt ins Wohnzimmer, sondern diesmal wird richtig getrihardet. Was bedeutet, erst mal nach dem Breaker schauen, danach wenn du es temperiert den Knochen suchen. Und ich wurde auch gefragt, ey, wieso suchst du immer als erstes den Knochen? Ganz einfach, bis es temperiert ist und bis man den Geisterraum gefunden hat, dauert es eine Zeit. Da muss man sowieso in jeden Raum reingehen, um natürlich jeden dann so unter die Lupe zu nehmen, hier so rumzuschauen. Und da kann man natürlich dann auch gleichzeitig nach dem Knochen suchen. Auf der Jagd nach dem Knochen findet man relativ häufig den Geisterraum. Das ist immer ganz praktisch und natürlich gibt der Knochen auch noch ganz viel Cash. Schauen wir mal, ob hier ein Breakerbot ist. Leider nein. Ich hoffe, es ist hier in der Garage. Solltet ihr stückerisch haben, nicht wundern. Ich nehme es schon immer relativ spät aus und ich warte mal auf eine Zeit, in der es ein bisschen ruhiger ist. Aber leider, leider. Zum Beispiel heute ist jetzt halb fünf. Das bedeutet, ja, jetzt muss ich leider aufnehmen, trotz Geräusche, denn sonst wird das Video nicht mehr rechtzeitig kommen. Aber hier ist bis jetzt alles clear. Hier ist nichts. Waschmaschinen, ja, leider. Staysbrook dicht, aber die Waschmaschinen sind clear. Relativ clear. Ich denke da nicht genau darüber nach. Okay, hier unten ist alles fresh. Ich muss ja sagen, ich habe den Geist lieber zum Beispiel hier unten im Wohnzimmer. Das ist immer ganz entspannt, gerade im Albtraum, weil man hier direkt neben der Tür ist. Hier oben ist es immer ein bisschen schwierig, weil ihr hier natürlich mehr Möglichkeiten habt, den Geisterraum zu wechseln. Oder euch zu trollen. Mal schauen wir jetzt mal. Geht? Geht? Und, was ich auch, oder ich wurde auch schon mal gefragt, wie schafft man es, dass der Teddy lacht? Geht am besten in ein Farmhaus, sucht den Geisterraum und nimmt einfach alle Teddys, die da drin sind. Deswegen eignet sich ein Farmhaus gut dafür. Und da gibt es sieben, acht Spielzeuge. Also sieben, acht Teddys zum Teil. Äh, da ist Licht an und das Bild ist runtergefallen. Okay, es übertreibt gerade ein bisschen. Aber hier ist nichts. Aber die ist... Woher kommt das Licht? Äh? Äh, äh? Woher kommt der Lichtschimmer? Da unten... Er hat ein Licht angemacht. Oder ist hier Licht an? Ah, hier ist Licht an. Okay, so wie es aussieht, ist ein Green. Ja, doch, kann man so sagen. Schauen wir jetzt natürlich noch mal schnell weiter nach dem Knochen. Ich kann mir auch da lassen. Natürlich jetzt auch nach dem Knochen suchen, wenn wir ein Fotoapparat dabei haben. Aber, äh, ja. Was nerviger ist, selbst wenn ihr nichts von den Störgeräuschen hört, ich arbeite die ganze Zeit hier diesen Baulärm, versuche da mal auf irgendwas weit entferntes zu hören. Das ist gar nicht mal so einfach. Mann, ich habe das Video-Bot nicht gefunden, das nervt mich gerade. Ich habe es irgendwo übersehen. Warte. Ich bin ja ganz gerne hier drin, aber... Wir haben das eigentlich so gemacht, dass wenn die Schränke dicht sind, dass es dann da drin nicht spawnt. Bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht ist es in der Garage, da waren wir noch nicht. Aber erstmal, bup, hier drin ist der Geisterraum. Let's go. Machen wir natürlich auch schön viele Lichter an. Hier haben wir noch ein Licht. Könnten eigentlich das hier unten auch noch anmachen. Natürlich, genau vor Grün haben wir kein Licht. Aber ja, das ist... Ich habe heute schmähnend. Hier unten machen wir auch Licht an, einfach weil wir es können. So, jetzt schon ein bisschen heller. Okay. Wir haben den Geisterraum gefunden. Er ist sehr aktiv, ist schon mal gut zu wissen. Wird heute vieles einfacher werden. Fotoapparat nehmen wir trotzdem mit. Das ist natürlich jetzt nervig, wir haben kein Knochen, wir haben kein Wüterwort. Das geht mir jetzt schon auf die Nüsse. Aber gut. Dann kann ich alles haben. Was ich euch empfehlen kann, das mache ich sehr, sehr selten. Aber für euch theoretisch top. Schaut am besten hier rum, wo hier ein Salespot ist. Hier zum Beispiel. Hier ist 3. Was bedeutet, wenn jetzt der Geister drin spawnen kann, die hier reingehen, alles ausmachen, Klappe halten und dann sollte es in der Regel gut funktionieren. Das ist mal ganz praktisch. Deswegen ist Ashfield eigentlich auch eines meiner Lieblingshäuser, denn hier gibt es sehr, sehr viele Salespots. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwas offen ist, ist sehr, sehr hoch. Okay, ich werde auch hier oben im Flur mit der Geisterbox reden. Deswegen müssen wir jetzt natürlich wieder alle Lichter ausmachen. Das war genius. Wo bist du? So ein Licht bei der Welt kann anbleiben. Bist du hier? Zeig dich. Wie alt bist du? Bist du wütend? Wie? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? E-MF-5 ist das? Jo. Ein wunderschönes E-MF-5. Schauen wir mal. Dingis haben wir keine. Nope. Und das ist auch wieder super. Hier diese ganzen Lichtschimmer. So. Lichter an, ausmachen. Und boom. Diese ganzen Bugs sind gone. Okay. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Hier ist erstmal nichts. Nein. Schauen wir nochmal. Ja. Thermo sagt, nope. Hier ist kein Geisterraum mehr. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Problem ist, draußen im Flur war er relativ präsent. Was bedeutet, es könnte jetzt natürlich sein, hey. Er hat den Geisterraum gewechselt und ist jetzt hier draußen im Flur. Könnte auch ein Lila sein. Er könnte auch ein Blue sein. Das ist jetzt ein bisschen, ja, nervig. Wir werden da gleich nochmal nachschauen. Ich hole jetzt erstmal ein neues Equipment. Okay. Dann bin ich wieder. Und das war natürlich genius. Ich habe vergessen, das Buch hinzulegen. Das war perfect. Aber jetzt müssen wir leider nochmal schauen, wo der Geisterraum denn genau ist. Damit wir deutlich so ein Buch platzieren können. Mal schauen mal. Jetzt haben wir nur eben F5. Hier ist er nicht mehr. Er ist jetzt in Lila präsent. Wir nehmen das eben F-Gerät mit, damit wir hier schauen können, wo er jetzt was bewegt hat. Jetzt ist er in Grün wieder präsent, weil hier ist nichts. Also er ist schon noch in Grün drüben. Nur der Moment erträumt uns gerade scheinbar. Ja, doch. Er ist immer noch hier. Okay. Entspann dich, Kollege. So. Hup. Das wird erstmal hier platziert. Jetzt brauchen wir natürlich noch unser Became-Stativ. Und ja. Jetzt wird es natürlich blöd. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal auf die Wüterbott-Jagd gehen. Auf jeden Fall, das ist ein Geist, das ist, die wir durch die Jagd herausfinden. Das wird auf jeden Fall ein bisschen lästiger. Weil ich immer noch kein Planer, wo es ist. Salz, ja. Weich an die Ohren. Ich könnte mal ein Salz mitnehmen. Ich finde es ganz gut, dass sie immer ein Güterbott ist. Und die wissen halt, oder die Entwickler wissen eben auch, die Geister kann man nur durch die Jagd herausfinden. Das ist natürlich ein Güterbott relativ praktisch. In dem man das Designer-T-Shirt droppen kann. So. Jetzt nehmen wir erstmal das Zeug hier. Platzieren erstmal nur einen Salzhaufen. Schauen wir mal, ob hier irgendwo ein Orp ist. Hier ist erstmal clear. Hier ist clear. Wir schauen ja auch im Nebenraum. Ich war gerade da mal, als ob hier was bewegt worden ist. Schauen wir mal, hier ist noch alles clear. Hey, ist uns Salz gedackelt? Können wir jetzt natürlich, wenn wir die Ufo-Lampeer finden, können wir natürlich auch direkt. Schauen wir mal, ob wir Fussis haben. Nachdem, wo er hingegangen ist. Aber ja, hier. Fussi. Also, Gespenst könnten wir schon mal ausklammern. Aber, ich muss mal schauen. Ja, Gespenst hätte theoretisch eben F, aber haben wir ausklammert. Okay. Hat er jetzt einen Breakout gemacht? Kleine Ratte hat den Breakout gemacht. Mag diese Geister nicht. Aber wir wollten ja sowieso nochmal nach dem Güterbott schauen, ob das hier unten irgendwo ist. Ob es im Keller ist, ob es in der Garage ist. Deswegen können wir das jetzt gleich machen, wenn wir sowieso schon hier unten sind. Aber hier ist erstmal alles clear. Kein Güterbott, da oben drauf auch nicht. Ein Problem ist, ich muss mir nochmal die ganzen Spawn-Punkte vom Ritz-View anschauen. Denn so häufig finde ich hier keinen Güterbott. Hier ist auch keins. Hat das vielleicht hinten im kleinen Raum? Da muss ich jetzt nochmal genauer schauen. Bei hier Spawn ist relativ häufig und relativ gerne. Ah. Ah. Perfect. Brauchen wir natürlich. Dürfen wir nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, ob ich in den Kommentaren lese. 四 Mal. Ja? 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 важностью? Ja? 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 Ich bin's gefragt, ja. Okay, erst mal komplett Luftcrash, das passt ganz gut. Wir können jetzt schauen, wie viel Sanity wir haben, sprich, ja wobei, wir hätten noch die Möglichkeiten, dass wir Geister haben, die auf 60% anfangen. Deswegen, ganz ehrlich, es ist, wird natürlich auch ein Zufall sein, aber es würde mich nicht wundern, wenn es bewusst ist. Bei hier zum Beispiel, wir haben jetzt nur ungefähr 40 bzw. respektive 50 verloren, während der Jagd verliert man aber auch noch mal 45. Das bedeutet, wir haben einen Geist, der auf über 50% anfängt und das sind, soweit ich weiß, nur der Obake und der Raichu. Deswegen wird das jetzt ganz interessant, wir schauen uns hier mal nach einem Org, äh, nach Dottis etc. Das ist natürlich ein bisschen doof. Sind die Lichter an? Ne, ich dachte gerade, die Lichter sind an. Weil die Möglichkeit besteht, dass es ein Raichu oder ein Obake ist und die beiden können, ah ne, das war der Onryo, der auf über 50 anfangen kann. Ich würde sagen, das ist ein Raichu. Da berechnen wir Dottis und ein Org, oder entweder oder nachdem. Okay, dann schauen wir jetzt auch mal, ob wir hier, da ist der Org, liegt schön vor der Kamera und wenn wir uns jetzt hier mal die Geister anschauen, haben wir noch Obake und Raichu. Obake könnte es natürlich auch sein, aber wir haben jetzt hier das Beste, was man haben kann für den Obake, gibt es im Altraummodus immer Fingis, immer. Dass man immer diesen sechsten Finger sehen kann, wenn wir die jetzt rausstreichen, bleibt nur noch der Raichu. Ladies and Gentlemen, wir haben den gefährlichsten Geist zur Zeit, wir haben einen Raichu. Wenn wir noch den Bereich räuchern, Zeuge werden. Und ja, ich würde auch mal sagen, wir wollen natürlich da noch ein bisschen herausfordern. Wir werden hier unten lauter Elektronik, hier stehen Kameras, alles was man so anmachen kann. Wir werden jetzt hier drin erstmal räuchern. Ich hoffe das zählt dann auch. Wir werden hier einfach sehr, sehr viel verteilen. Schau mal, hat das gezählt? Jawoll. Einfach sehr, sehr viel verteilen. Also alles, was hier irgendwo anders ist. Wir werden dann dort ihn platzieren. Wir werden da... Gut, Thermo zählen wahrscheinlich auch. UV-Lampe, Camps und so weiter. Damit er, wenn er die Treppe runterkommt, hier schön Energie ziehen kann und Haperspeed hat. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir schnell genug sind, um gegen ihn vorzugehen. Um gegen ihn zu räuchern. Wie gesagt, jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist die Range oder allgemein Zeug im Haus. Zählt das alles? Fragwürdig. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich will ihn mal provozieren und dann wollen wir mal schauen, ob wir seinen Hyperspeed wirklich schön rauskitzeln können. Deswegen kommt jetzt überall angeschaltetes Zeug hin. Die Videocams habe ich sonst immer an den Boden geworfen. Die werden wir jetzt einfach hinstellen, damit die eben triggern. So. Einfach nur, damit hier schön viel Elektronik ist, außerdem er die Energie ziehen kann. Denn ich habe auch die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Mare und Raichu? Gut, die Frage finde ich ein bisschen random bei Buch aus, ja. Die beiden sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber wahrscheinlich war das auf die Elektronik bezogen. Sprich Licht an bei Mare, er kann nicht jagen. Oder er kann jetzt ab 40%. Und Raichu ist auf Elektronik. Also der eine praktisch profitiert vom Breaker, der andere von der Elektronik. So. Einfach schön viel Zeug. Danach werden wir mit dem Breacher Board reden, um unsere Sanity zu droppen. Werden Fotos machen. Werden natürlich Räucherstäbchen in die Hand nehmen. Ganz klar. Und dann werden wir mal schauen, ob jemand kommen kann. Was auch ganz interessant ist am Raichu. Deswegen bin ich jetzt gleich mal gespannt, ob man das erkennen kann. Der Raichu ist an seinen Steps zu erkennen. Er macht sehr, sehr viele Steps. Dadurch merkt man eben, dass er schnell unterwegs ist. So. Wir werden das Ganze hier positionieren. Räucherstäbchen, Feuerzeug, gehen wir dann in die Hand. Wir machen jetzt dann Fotos mit dem Breacher Board. Und hoffentlich überleben wir. Hoffentlich schaffen wir das ganze Zeug einzusammeln. Beziehungsweise die Räucherstäbchen zu nehmen, bevor er ausrastet. Ich werde jetzt gleich hier noch Bewegungssensoren platzieren. Die triggern den Raichu nicht. Also die haben keine Wirkung auf ihn. Aber wir wollen natürlich auch sehen, wie schnell er ist. Und das sehen wir am besten mit dem Bewegungssensor. Ihr seht schon. Relativ entspannt. Also die zwei, wenn ihr EMF und Orb habt, dann ist es immer ein Raichu. Weil wie gesagt, ein Obake hat immer, gegen die ich es damit mit diesen sechsten Finger kennen kann. Weil sonst gibt es nichts, worauf man auf ein Obake schließen kann. Deswegen haben sie das eingefickt. Genauso wie jetzt zum Beispiel der, äh, der Onryo, äh, der, der Goryo. Äh, Goryo. Äh, der hat zum Beispiel mal Dottis. Weil man sonst auch nicht auf ihn kommen würde. So, hier ist alles platziert. Bijaba in die Hand. Wir können ja hier auch gerne nochmal Lichter anmachen, damit wir mehr sehen. Dann bin ich jetzt gleich gespannt. Wir werden jetzt gleich den momentan, ja, von dem meisten so betitelt, den Assoziatzengeist herausfordern. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo 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 bist du? Okay, ladies and gentlemen. Wir haben jetzt alle Fotos gemacht. Sanity dürfte auf Null sein. Bin ich gespannt. Jetzt warten wir noch. Wir haben da vorne die Haustür. Wir sehen, wenn sie zugeht. In diesem Moment fängt er an zu jagen. Wo wir dann hingehen. Am besten wäre es glaube ich oben, wenn der spinnt. Weil ich ihn räuchern, durch ein Duch laufen, ab nach oben. Und hoffen, dass wir da schnell genug reinkommen. Bei denen im Flur ist der linke, also der erste, an dem wir vorbeilaufen würden, ist der offene. Da müssen wir ganz schnell rein. Da haben wir keine Chance. Denn das ist die Schwierigkeit. Er hat eben diesen Hyperspeed. Weil je mehr Elektronik... Was bedeutet das? Wenn ihr wisst oder die Möglichkeit besteht. Das könnte ein Reitschuh sein. Schau mal an. Alles was ihr nicht mehr braucht. Alles was ihr schon habt. Rauszutragen. Okay. Es geht los. Achtet mal auf die Steps. Dann gleich auf... Okay. Er ist über mir. Jetzt kommt er. Habt ihr es gesehen? Wie schnell er ist? Schneller ist ein Revy. Ich träume noch nicht. Okay, jetzt reichen. Wurde auch schon gefragt, wieso ich die Person im Test, der man im Boden legt. Einfach, damit man hier so im Kreis das Leuchten sieht. Wenn man es hier in der Wand hat und wir stehen zum Beispiel da hinten in der Ecke, dann sehen wir es nicht so gut. Leider haben die ersten beiden nicht getriggert, weil er hier relativ eng um die Kurve gegangen ist. Aber danach haben wir es gesehen und der hat ja richtig schönen Hyperspeed drin. Deswegen relativ entspannter Geist. Oder wenn man weiß, der ist ein Reitschuss. Und den kann man nicht weglaufen. Einfach so. Deswegen, wenn man ihn kennt, ist es ähnlich wie beim Revy damals. Wenn man weiß, was es ist, ist es entspannt. Dann kommt man klar. Wenn nicht, dann nicht. Deswegen, ladies and gentlemen. Wir haben jetzt 18 Minuten gebraucht, aber wir haben den Geist relativ schnell erkannt. Wir haben jetzt noch ein bisschen getrickst. Und vor allem konnte ich euch jetzt zeigen, wieso er so gefährlich ist. Das ist immer das Problem, wenn ihr gerade davon wegläuft. Und er läuft einfach so random rum, kann es sein, dass ihr euch findet. Und dann kommt er natürlich nicht weg. Okay. 260 Dollar. Easy win. Ich hoffe euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.